Herzlich Willkommen! Tag für Tag gibt es viele Dinge zu erledigen. Bei Ihnen und auch bei mir. Sei es, im Garten etwas zu tun, vorzubereiten für den kommenden Frühling. Oder den Fahrradsattel richtig zu stellen, weil ein Kind gewachsen ist etwa. Auch die Karte zu schreiben an eine Tante, die Geburtstag hat, könnte dazugehören. Viele weitere Dinge blieben zu erledigen. Woche für Woche geht es so. Zwischendurch ist es gut, einmal abzuschalten. Jeder von uns kennt das. Der Sonntag ist dazu eine gute Gelegenheit. Doch nicht nur am Sonntag wird uns der Satz Jesu gesagt. Sorgt euch nicht um das, was ihr zum Leben braucht, um die Aufgaben, die euch tagtäglich erwarten, sondern suchet zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Machen wir uns auf. In diesem Sinne eine gute Woche. Dein Untertitelung des ZDF, 2020